ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate der bitcoin scheint sich wieder zu stabilisieren zieht auch wieder etwas an und das wollen wir uns mal genauer anschauen und ich möchte in dem zusammenhang auch einen handelsansatz vorstellen mit dem man eben ganz gute einstiegspunkte bekommt den risiko und weiß gibt es natürlich immer vorab gerne mit cfds ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollen sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir fangen mit dem wochenchart an das ist der bitcoin und wir hatten einen abwärtstrend dann den richtungswechsel mit dem nachhaltigen bruch über 25.000 dollar und seitdem wirkt der markt so ein bisschen orientierungslos aber es kommt jetzt im kurzfristigen bild auch wieder etwas mehr bewegung rein die frage ist jetzt gibt es einen neuen versuch auszubrechen nach oben und dann sich der 32.000 dollar marke anzunehmen oder gibt es erstmal gegenbewegung richtung 19.500 dollar wir gehen in den d1 wir haben ein doji gesehen bei der gestrigen sitzung oder auch ein inside bar also eine kerze die innerhalb der range des vortages geschlossen hat und jetzt konnte der coin über das gestrige tages hoch ausbrechen und es kommt eben wieder mehr dynamik rein mittlerweile sind wir wieder bei 28.000 dollar und jetzt gehen wir noch mal weiter runter wir schauen uns die ema's an ema 21 in blau ema 50 in rot und das was mich vor allem interessiert ist es gab ein crossover ich möchte oder es geht nicht unbedingt darum jetzt die reaktionen auf die gleitenden durchschnitte sich anzuschauen sondern es geht erstmal nur um die richtung und wir sehen solange es kein crossover gibt ist das umfeld eben weiterhin bullisch wir machen das noch mal raus und was passiert bevor der markt durch startet es kommt in der regel zu fehlausbrüchen und da möchte ich mal ein paar beispiele geben wie zum beispiel hier der markt korrigiert kommt zu den tiefpunkt fehlausbruch und dann startet der markt durch das gleiche gab es zum beispiel hier oder hier und möglicherweise auch bei der aktuellen situation abwärts impuls tief hoch und jetzt eben auch ein fehlausbruch beziehungsweise auch ein fehlausbruch im ganz kurzfristigen bild das war die letzte bärische kerze dann gab es annäherung und eben hier zwei reaktionen darauf und das kann man eben verfeinern die einstiege also ist natürlich die frage wie meistert man den einstieg und man kann jetzt zum beispiel hier in den kleineren zeitanheiten im 15 sich die reaktion mal genau anschauen das ist dieser tiefpunkt gewesen den wir uns gerade angeschaut hatten der markt durchbricht das ganze erstmal kehrt dann aber wieder zurück überwindet kurzfristige widerstände wir haben also einen richtungswechsel im kurzfristigen bild dann korrigiert der markt und was man oft sieht ist dass der ursprüngliche bereich auch noch mal getestet wird retest 1 2 und 3 aufwärts impuls korrektur verteidigung und dann startet der markt eben durch ja das heißt man kann sich im vier stunden chart diese wichtigen oder potenziellen punkte markieren und dann eben einfach auf die reaktion schauen das ganze kombiniert mit den emas im vier stunden chart und natürlich auch der richtung im großen bild und deswegen bin ich recht optimistisch dafür dass der markt jetzt noch mal die möglichkeit hat das hoch bei 28.950 dollar anzugreifen das war's von mir mehr hintergrundinformationen und auch mehr handels ideen gibt es in meinem video von heute morgen den link gibt es immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal